Wir haben auch viel mehr Punkte gehabt. Und dann haben wir 2.0 gehabt. Am anderen Tag. Das passiert auch nicht. Wir haben eine andere Welt. Wir haben den Riesenball angekommen. Wir haben den Rampi-Bow und den Frossensladen. Gut, den Namen. Die Rampi-Bow. Wir brauchen die outright. Dann haben wir sie erreicht. Dann sind sie die Rampi-Bow und die Rampi-Bow. Sie haben die Rampi-Bow. Die Rampi-Bow. Nachdem die Rampi-Bow steht. Die Rampi-Bow. Die Rampi-Bow. Aber... Die haben noch nicht so eine Protokolle eingestellt. Die haben jetzt schnell in einem Camion. Springen und landen können sie ja trotzdem. Das Landung sollte ja nicht ein Problem sein, mit dem Flugzeug zu kriegen. Das war knapp. Das war nicht mal eine halbe Minute, Beat. Das war nicht mal eine halbe Minute. Schreie an die Schreie und schreie an die Schreie. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018